Jo, Brumrum Session Nr. 20, willkommen hier live aus dem Atelier, Atelier Lustig Mann, nennt sich das Ganze hier beim Jimmy. Und heute gibt es drei in einem Gemüsesuppe vom Feinsten, den Anfang macht hier der Matthias Lerch. Lerchig fängt er an hier, launschig. Und peu a peu wirkt es dann. Wer kommt als nächstes dann noch? Ruppi die Katz und Phil Theraun. Also auf jeden Fall gibt es jetzt ungefähr vier Stunden lang fettes Set, hier Brumrum Session Live. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. 20, 20. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und der Spaß die Tue. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.